Yo Leute, was geht ab und heute ist mal ne Folge Wraft aus meinem Kanal und ja, wir werden direkt mal eine Welt starten, aber wir spielen kreativ und ja wir nehmen es einfach ähm keine Ahnung Wraft 1 und ja spielen wir mal ne Runde Verseht mich dann, wenn ich genau oder ob ich bin, als wenn ich drin bin im Game So Leute, jetzt bin ich hier drin im Game Also ich sag schon mal, ich hab Wraft Also ich spiel Wraft zum ersten Mal heute Also nicht wundern, wenn ich nicht so schnell oder Scheiße baue Ja, lass mir irgendwie den Boden bauen Ich hab's nur auf YouTube mal gesehen Wo es andere YouTuber gespielt haben So Dann machen wir mal Dann machen wir mal die Wand Dann machen wir mal die Wand Nein Hallo Hallo Was ist das denn jetzt? Total verkackt Okay Ach, Leute Also es läuft都 S High greift nicht an So, jetzt brauchen wir eine kleine Tür, so, so, und dann brauchen wir noch ein paar Fenster. Nein! Oh, verkackt! So, jetzt probieren wir mal ein Dach, oder erst mal eine Treppe zu bauen. So, eine Treppe nach oben, jetzt noch ins Boden. Oh mein Gott, nicht reinfallen. Dann haben wir hier einen Balkon hin. So. Ich will es behaupten, es um ein bisschen zu bauen. So. Ja. Nein! Nein! So. Nein! 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 Ich bin so schlecht im Game, sorry. Nein! Na ja! So, nice. Wir haben hier Urten mal. nicht das ich öffne es in den tag sowieso zusammen hier oben haben erstellen erstellen und zwar auf jeder seite ein so ich hatte gar nicht eine hand so war mal eben machen wir mal noch konnte man nicht auch irgendwie was essen was kann man das machen was ist zu groß nein hier sind so ein reich zu erst mal 4 so so nice 12 ein vogelscheuch ja heute sind so nah zusammen muss ja noch mal die achsen die hand nehmen dann x was x hier so nice nein in ungefärbt hier habt ihr platzieren gedrückt so nice hier machen wir hier oben noch die kiste hin wo der vorgehen ist eins zwei hier nice nice ok jetzt bauen wir noch das Bett nicht hier oben und noch einen kleinen tisch hier herstellen und herstellen, herstellen so, gehe hier ja bravo so 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 ein tisch hier und ein tisch und ein tisch hier hier hallo hello hello mega leck nice So, das soll es auch von der Folge schon gewesen sein, wir haben heute in dieser Folge diesen Balkon gebaut Und ja, in der nächsten Folge werden wir die Innenausstattung machen Und ja, ciao bis zum nächsten Mal Und ja, lasst ein Abo da Und ein Like und ja, bye bye